Was geht ab liebe Leute und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Jokermeister und wir spielen wieder mal Dirt 5 Leute. Und also, letztes Mal haben wir in New York City gespielt auf dem Eis. War richtig geil das Rennen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, solltet ihr euch das auf jeden Fall mal ansehen. Und von New York City zu Italien Leute. Hier ist auch ein bisschen Schnee dabei. Ja, aber wird glaube ich nicht so ein geiles Drift Rennen sein. Oh, ein bisschen mehr Schnee als ich gedacht habe. Aber, auf jeden Fall starten wir mal das Rennen Leute. Und nicht vergessen, drückt mal auf, auf, abonniere Leute, dass ihr keine weiteren Rennen mehr verpasst. So, let's get ready to rumble. Und los geht's. Also, das ist ein VW. Keine Ahnung, also jetzt, welches Auto das überhaupt ist. So ein VW habe ich noch nie gesehen im, also realen Leben. Aber, auf jeden Fall geht die Karim ab. Aber, ist nicht leicht auf den ersten Platz zu kommen, aber das schaffen wir schon. Und hier wird kein Drift sein. Wie ihr seht, äh, okay, ein bisschen gedriftet habe ich jetzt schon. Ah, ich weiß, ich kenne die Strecke. Äh, die Strecke habe ich schon gespielt, aber da war kein Schnee. War ein relativ, äh, heißer, sonniger Tag. Aber jetzt ist ein bisschen Schnee auch dabei. Also dieser Dreck, also echt, guckt mal Leute, und diese Reflexion, also echt, das Spiel ist von Feisten. Von Feisten. Von Feisten. Von Feisten. Bis dann. Scheiße, was ist denn mit meiner Zunge los? Ich glaube, ich habe zu viel Kaffee getrunken. Na ja, für so ein Spiel muss man halt Kaffee trinken. Brutal, viel Action. Also, Dirt 5 kann ich euch nur empfehlen, auf jeden Fall. Ist ein richtig gutes Spiel. Ich habe von MPH zu Kilometer gewechselt. Ist schöner, wenn ich so sehe, dass ich 120 fahre. Die Karre geht ja sowas von ab. Aber der, der ist schnell. Warte mal, junger Mann. Oh, das war jetzt aber gutes, gutes, gutes Drifting. So, hier auch. Und jetzt, seid gespannt, seid gespannt. Und Sprung. Guckt mal Leute. Cool, auf jeden Fall mal cool. Hey. Warum sind sie so schnell, verstehe ich nicht. Ich muss doch erster werden. Meine Güte. Komm, 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 komm. Überholen, überholen. Hier mal driften. Driften, driften. Geh weg, du grünes Arschloch. So, jetzt hier mal driften. Und ich will den überholen, auf jeden. Ich muss den ja auch überholen. Mann, fährt der, Mann, schnell. Was hast du denn unter der Haube? Was ist das für ein Auto überhaupt? Keine Ahnung, was ihr hier fährt. Ist auch egal. Komm, komm, gib Gas. Oh, die sind mir aber alle dicht auf den Fersen hier. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Also echt, der ist sehr schnell. Das war jetzt aber auch unpassend, dagegen zu stoßen. Mann, ist der Typ schnell. Komm, komm, gib Gas, gib Gas. Du schaffst den. Du musst den schaffen, komm. Oh, ich glaube, den schaffe ich nicht. Der ist drei Sekunden im Vorsprung, wie es aussieht. Komm, komm, jetzt Gas, 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 Gas. Gas, 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 Gas. Geh nicht vom Gas weg. Geh nicht vom Gaspedal weg. Nee, den schaffe ich nicht. Ah, shit. Aber wie mit dem zweiten, also Platz, gehe ich auch weiter im Spiel. So, dass es nicht unbedingt schlimm ist. Okay, Leute. Also, zweiter, auch nicht schlecht. Ich probiere mal, erster zu werden, nochmal. Auf jeden Fall, schaut mal wieder vorbei. Bleibt am Start. Ich wünsche euch was. Euer Joker-Meister. Ich wünsche euch was. Es gibt ammt. Vielen Dank. Vielen Dank.